Ich möchte noch mal daran erinnern, wo ehrliches Mitteilen praktiziert werden sollte idealerweise und wo das nicht hingehört. Ich bekomme immer wieder Mails und Fragen, die ungefähr in die Richtung lauten, wenn ich ehrliches Mitteilen im Alltag versuche, dann geht das nicht gut aus mit Arbeitskollegen, mit Behörden oder im Supermarkt etc. Oder Fragen wie, wie können wir ehrliches Mitteilen mit unseren Kindern machen oder bei meinen Eltern funktioniert es gar nicht gut mit dem ehrlichen Mitteilen etc. Also das sind Fragen, wo es darum geht, wo ich das ehrliche Mitteilen einsetzen soll. Und wichtig ist, ehrliches Mitteilen gehört nur und ausschließlich in sichere Beziehungen. Das heißt, primär übe ich ehrliches Mitteilen mit meinem Lebenspartner oder Ehepartner. Das ist der primäre Ausgangspunkt, einfach aus dem Grund, weil diese Beziehung am sichersten ist, weil es kein Machtgefälle gibt und weil beide maximales Interesse an einer guten Beziehung und Beziehungsvertiefung haben, normalerweise. Zweitbeste Option ist in lokalen Gruppen und mit gleichgesinnten Freunden, die das auch wollen, die auch eine Transformation wollen, sich auf den Weg machen wollen. Das ist die zweitbeste Option, weil es auch sicher ist. Nicht ganz so sicher wie eine Ehe oder Beziehung, aber auch sicher, weil es Gleichgesinnte sind und alle das gleiche Interesse haben. Wenn ich ehrliches Mitteilen mache in einem Bereich, wo es ein Machtgefälle gibt, wo ich real einem Menschen ausgesetzt bin, der real Macht über bestimmte Bereiche meine Existenz hat, zum Beispiel der Arbeitgeber, der Vermieter, Behörden und so weiter, da gehört das nicht hin. Ja, weil ich in diesen Bereichen gucken muss, dass ich mich schütze. Da gibt es nicht primär ein Interesse an Beziehungsvertiefung. Das ist nicht im Vordergrund. Deswegen gehört das da nicht rein. Ehrliches Mitteilen ist keine Schablone für alle Kommunikationsformen, für alle Bereiche, wo wir mit Menschen in Kontakt kommen. Das muss ich immer und immer wieder sagen. Natürlich, wenn wir traumatisiert sind, dann suchen wir wie eine Lösung, die wir auf alles anwenden können. Das kommt aus diesem Raum von gescheiterter Bindung aus der Kindheit. Aber heute als Erwachsener, Kontakt und Beziehung heißt ja immer, dass ich in Beziehung zu etwas trete. Und das kann ja niemals eine Schablone sein, weil alles, zu dem ich in Beziehung trete, löst ja individuell andere Dinge in mir aus. Ja, und es hat ein anderes Setting. Die einfachste Einteilung ist sicher und unsicher. Deswegen kann es niemals eine Schablone für Kontakt geben. Also natürlich, letztlich gibt es die Schablone, aber wir sind als Menschheit noch nicht so weit. Im Moment ist die Menschheit immer noch so destruktiv, dass es Begegnungen oder Beziehungsebenen gibt, wo wir uns schützen müssen. Irgendwann später wird das wegfallen, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Also nochmal zusammengefasst. Ehrliches Mitteilen gehört in sichere Umgebungen, entweder Partnerschaft oder lokale Gruppen. Oder eben Freunde, Menschen, die auch das wollen, wo das klar ist, dass die das auch wollen. Nur da übe ich das. Und wenn ich das dort aber komplett mache, dann lösen sich eben alle Probleme in allen Beziehungen auf. Wenn ich eine Beziehung transformiert habe, dann gibt es nirgendwo mehr Probleme in dem Sinne, im Sinne von ungelösten Konflikten. Die gibt es dann so nicht mehr. Weil alle Konflikte, alle Probleme, die wir haben, basieren nur auf dem einen Bindungskonflikt in uns, der nicht gelöst ist. Und um den zu lösen, reicht eben eine Beziehung. Beziehungsweise es geht im Prinzip nur mit einer Beziehung. Weil ich dann dort mich darauf fokussieren muss, damit dort eben alles auftaucht, was nicht gelöst ist. Ich muss mich also auf eine sichere Beziehung konzentrieren und dort das ehrliche Mitteilen kompletieren, statt das wie so eine Soße über alles drüber zu kippen und das dann so halbgar zu machen. Das funktioniert nicht. Das ist ganz wichtig. Damit tricksen wir uns aus, weil damit treten wir nicht in Kontakt. Ehrliches Mitteilen ist keine Handlungsschablone. Das ist ganz wichtig, weil dann wäre das gar kein ehrliches Mitteilen. Dann wäre es eine Strategie. Und damit sind wir aus dem Kontakt raus. Also Handlungsstrategie hat nichts mit Kontakt zu tun. Wir können ehrliches Mitteilen nicht zu einem Werkzeug für eine Strategie machen, auch wenn das für den Verstand anfangs so aussieht. Insbesondere Verschmelzungstypen, die davon eher angezogen sind als Autonomietypen, die denken am Anfang, ich kann das ehrliche Mitteilen nutzen, um endlich die Verbindung zu bekommen, die ich nie hatte. Das funktioniert nicht, weil das wie gesagt kein Kontakt und kein Austausch ist. Das gleiche gilt für Eltern. Bei Eltern geht es nicht weiter, weil es ein Machtgefälle gibt, weil es da eine Rollenverteilung gibt. Das kollidiert damit. Genauso wenig machen wir das mit Kindern, weil Kinder gar kein Problem haben. Wir müssen nicht Kindern ehrliches Mitteilen beibringen, weil die haben gar kein Problem. Die sind nur Kanal für unsere ungelösten Konflikte. Das heißt, das Einzige, was wir machen müssen, ist in der Partnerschaft das ehrliche Mitteilen kompletieren. Und wenn wir das machen, sind alle Nervensysteme so reguliert, dass die Kinder sich öffnen und ganz natürlich sich entfalten und sein können. Man muss nicht Kindern ein formales Werkzeug aufzwingen oder denen das beibringen. Die sind nicht so kaputt wie wir. Wir sind die Kaputten. Und wir brauchen so ein Werkzeug, um wieder in Kontakt zu kommen und heil zu werden. Und wenn das passiert ist, dann brauchen wir keine Werkzeuge mehr. Dann ist der Kontakt und die Beziehung einfach frei fließend, so wie er ursprünglich fließen will. Das Werkzeug namens ehrliches Mitteilen brauchen wir ja nur, um den eigentlichen Energiefluss wiederherzustellen. Und damit haben Kinder nichts zu tun, denen brauchen wir ja das nicht beibringen. Von Kindern rede ich jetzt. Bei Jugendlichen kann es ein bisschen was anderes sein, nur die haben wahrscheinlich alles andere im Kopf, als sich von Eltern sowas beibringen zu lassen. Also wir lassen die leiblichen Eltern in Ruhe und wir lassen die eigenen Kinder in Ruhe. Das ist nur Flucht vor dem Kontakt mit dem Lebenspartner und vor den Emotionen, die da ausgelöst werden. Wir wollen immer da weg. Entweder indem wir das als Soße überall drüber kippen wollen. Denn das ist auch eine Art Flucht vor der eigentlichen primären Beziehung, um die zu lösen. Genauso ist eine Flucht, bei den Eltern irgendwas zu versuchen oder bei den eigenen Kindern. Wir wollen immer davon weg. Und der Verstand ist halt sehr trickreich. Deswegen, ich wiederhole es nochmal. Es geht darum, eine einzige Beziehung, die Beziehung mit dem Menschen, mit dem wir am nächsten zusammen sind, komplett zu transformieren. Und da die ganze Energie und Aufmerksamkeit drauf auszurichten und nicht davor wegzurennen. Und wenn das komplettiert wurde, wenn das alles durchgelaufen ist, was im Kern bedeutet, dass ich in diesem Bindungskontext letztlich die tiefste Ebene von Verdrängung eben kommunizieren kann. Und das ist Trauer und Wut. Wenn das passiert ist, dann kann ich vollständig in Kontakt treten. Und dann sind alle Beziehungen gelöst. Alle. Alle. Das heißt nicht, dass mit jedem Menschen dann eine Beziehungsvertiefung stattfindet. Aber ich kann dann genau sehen, was mit wem möglich ist. Und ich muss dann nicht mehr überall herumsuchen. Das Nährende, was wir brauchen, bekommen wir durch eine Beziehung. Eine reicht. Das Nährende ist das, was wir durch eine Vertiefung erhalten. Nicht durch eine Menge von Kontakten. Die Menge von Kontakten, das führt nicht zur Erfüllung, sondern es reicht, eine Beziehung zu vertiefen. Das ist das, was unsere Nervsysteme wollen. Also ganz wichtig, ja, nicht auf den Verstand reinfallen, der jetzt auch mithilfe des ehrlichen Mitteilens sogar oder innerhalb dieses Konstruktes versucht, dem eigentlichen Kontakt auszuweichen, sondern als Erinnerung die primäre Beziehung mit ehrlichen Mitteilen bis zum Ende vertiefen. Und danach gibt es eben nichts mehr in dem Sinne zu bewältigen. Das ist alles, was wir bewältigen müssen. Und das ist schon schwer genug. Aber danach, ja, dann sieht die Welt einfach anders aus. Und dann müssen wir weder herumsuchen noch irgendwelche Probleme irgendwo lösen, weil dann gibt es keine Probleme mehr. Die gibt es dann nicht mehr. Aber das wirst du dann erst erfahren, wenn du das gemacht hast.